Gin, 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 and Juice. Also 25 ist da? Echt da? Der Geburtstag von meiner Mama ist da auch. Was machst du am 25? Am 25. Da werde ich aufstehen, kacken gehen. Ah, guck mal! Dann werde ich mich irgendwann nur nach Düsseldorf begeben und zu Gin & Juice im Schickimicki. Düsseldorf. Altstadt. Gin & Juice. Kennt ihr das? Ja, ja. Kaffee trinken. Standard. Eine Rauchen. Standard. Ja, April und kein Bock und Monteles aus Bielefeld. Spandau. Auch meine Mama. 25. Achter. Schickimicki. Gin & Juice. Echt? Echt? Alles Gute, Mama. Gin & Juice. Alle hinkommen.